Guten Abend, Leute! Der Dommel begrüßt euch zu einer weiteren Runde Drama Mystery mit seiner Shisha. Und trotz dass es Februar ist, eine Tasse Glühwein, weil ich mag Glühwein. Ähm, ja, wir sind stehen geblieben mit Kut in dieser Strand-Level da. Also in dieser Strandwelt. Und mir fällt gerade auf, dass diese Schloss ein Bad hat. Aber egal, you aren't a pirate. LOL, das fängt schon mal echt gut an. Dieser Cooper! Oh Gotti! Oh, wow! Wie lange spiele ich jetzt? Ein paar Sekunden? Ha! Diesmal nicht! Luck! Oh, ich hab nur zwei Leben. Ui! Äh, äh, geht's da rein? Ich glaub, ich muss hier sehr oft speichern. Schießt du? Ja. Wieso mach ich das? Das Ding schießt ja zweimal! Safe. Pils, sehr gut. Hatte dieses Blöckchen hier auch gerade... ...in der Augenklappe. ...eintens die sagenhafte Schatzinsel. Lasst mich mal da bitte durch. Safe State Abuse! ...for the win! Oh, das hat mehr als... ...ne, ich hab ja ein Pilzer. Mi, 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 mi. Ich spiele sogar mal zu einer... Wow! Vernünftigen Zeit. Weil ich jetzt gerade vor der Arbeit mal ausnahmsweise heimkomme. So ging es mir gestern nach der Arbeit. Next thing. Misstrauen. Ah, ich seh kaum, dass das noch böse wird. Oh, das Ding kommt gleich wieder. Schaut mich an. Oh, komm jetzt, du! Doppel-Säufz. Haha. Exit, danke. Ich fand die Koopas toll. Und die Koopas, oh Gott. Sandy. Ja, ist wirklich Sandy. Äh, Quicksensor, ja, na, 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 na. You are dead. Das ist immer alles so einladend. Ich ruč auf meinen Po. Ich habe jetzt nicht vor, von denen erschlagen zu werden. Und eigentlich auch nicht von dir, Bumpy. Ich frage mich einerseits auch, wie gesagt, wie lange dieser Hack noch dauert. Weil das ist ja... Oh! Nur eine Demo. Und wir werden ja sehen, wann es aufhört. Und auch wenn ich mal hoffe, dass davon bald eine Vollversion releasen wird. Und ihr Leben wiederbekommen, die ich gerade verloren habe durch meine Blödheit. Jihah! Like! Hier, nicht! Iiiih! Ach, wer hätte es gedacht. Komm her! Ui! 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 Ja, das war aber einfach. Simpel! Natürlich habe ich wieder vergessen, auf die Uhr zu schauen! Na 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 na! Ist der Glühwein jetzt trinkbar oder immer noch so brennend heiß? Na ja, wir ausprobieren. Refreshing... Blablab... Ref... Ich kann... Wax! Refreshing play! Nein, das war mein erster Glühwein. Nur falls ihr euch wundert. Hm. Delfine auf Drogen. Mit Taucherbrille. Feuerspucken der Pflanzen. Das ist alles so... Ha! Ich möchte gerne in diese Röhre... Darf ich? Nein. Dann werde ich jetzt einfach mal weitergehen. Höh? Komisch. Iks! Na komm! Und... Was? Was ist denn hier? Hier ist irgendwo... Leck mich doch am Anus! Am Schildkrötenanus! Knorr! Ja, gut. Damit lässt sich auch leben. Mimimimimimim. So. Mönzchen. Na dadi dadi da. Da dadi dadi dam. Zielvermögen musst du arbeiten. Mein kleines Pflänzchen. Na 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 na. Ha 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 ha. Ja, das war so dumm von mir. Na 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 na. Na 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 na. Pff. Was willst denn du? Sterbe ich, wenn ich dich? Ja, das war klar. Ich wollte es nur mal testen. Was zum Teufel willst du von mir? Ich bin ungenießbar. Ich bin eine Schildkröte, verdammt. Mit Hammern kann man mich ja bearbeiten. Ja, bis jetzt war es ja noch nicht so sonderlich schwer. Der Terrormaker. Oh yeah, das gefällt mir schon mal. Uh! Hm, Geistchen. Oje, 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 oje. Like. Bachelor approves. Pfeil nach unten. Wer hätte es gedacht? Das geht ja auch nicht. Anderweitig weiter. Solange es nicht unter Wasser geht. Ach, geil. E! Super! Oh, wow. Husch. Oh, Lech! Also. Fuck you all. Was ist das im Teufel? Nja, nja, nja. Also, das nenne ich jetzt mal Epic Fail. Oh, sag mal. Gut, du. Ich schau dir an so ein Hindernis. Deswegen mach ich jetzt hier noch ein Save. Du kleiner Drecksgeist. Oh, Lech! Piff! 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 Tut mir leid, Leute. Ich bin heute echt in Fail-Stimmung. Also, das war jetzt grad so ne einfaches... Äh... Mh, 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 mh... Piff! Hm, mh, 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 mh... Piff! 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 Na? Hallo! Tschüss! Safe! Warum das jetzt gerade auch immer geleckt hat? Oh, da ist ja ein Geist! Nein! 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 Ha 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 ha! Huch! Mim! Na? Findet ihr das jetzt auch mal bald ein Ende oder so? Ja! Bunban, Bunban, Bunban! Exit, Exit! Lasst mich heraus! Nicht mit mir, mein lieber Kuba-Trupa! Ich finde dich, wenn du meine Ähre beflegst! Captain Crush! Oh, cool! Ja, den kann man noch spielen! Den kann man noch machen! Den machen wir auch! Da geht's hoch scheinbar! Sehr schön! Hm! Interessant! Achso! Achso! Oh, I see! Das ist cool! Da-da-da-da! You are a pirate! Do what you want, cause the pirate is free! Oder irgendwie sowas! Ja, von das Laufen an! Du schaust lustig aus! Mit deiner Be- Patzerung! Oh! Crushy wird schneller! Schmeißt mit Knöchelchen! Ups! Du verfolgst mich! Du! Kleiner! Wow! Genau! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Du hast doch nur noch viel Leben! Was ist das? Nein, nein, nein! Ich save jetzt nicht mehr! Wow! Also! Ey, wow! Ja! Wow! Das war ein ungefähr Safe-State! Das Sterben! Das Sterben! Oh, komm jetzt! Ey, das ist voll fies, dass der dann... Ich hab keine Leben mehr. Wiss! Ey, sag mal! Nein! Nein, nein, nein! Das ist voll echt nett, 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 nett. Sag mal, bin ich jetzt ganz sogar verkalkt? Wie soll ich denn... Warte mal! Ha! So! Ja, na Gott sei Dank! So schwer war der doch gar nicht! Okay, am Ende war er ein bisschen blablabla! Aber was soll's! Fail for life! Mim! So! Aferrado, Chango! Gut! Da können wir auch perfekt einen Cut machen! Ja! Ähm! Das werde ich jetzt auch tun! Ich glaube, an der Spielzeit... ...dürft's jetzt schon liegen! Wird bestimmt schon eine Viertelstunde aufnehmen! Ich bin mir nicht sicher, bin ja nicht auf die Uhr gesehen! Aber wie gesagt... Viel Spaß euch noch! Was immer ihr auch tut! Ja! Ich sag mal, bis bald! Domi signing out! Ciao, ciao!